hallo bei nathanaelvolke.de heute mit einem kurzen praxistest ich bin hier unterwegs im wald habe ein bisschen fotoequipment mit und da darf das gorilla pod nicht fehlen warum habe ich das dabei es ist ein stativ für sehr universelle situation die maße und auch das gewicht sprechen dafür dass man das überall mit hinnehmen kann ich habe hier die ausführung für die spielreflexkameras das bedeutet ich habe hier überhaupt keine angst dass mir die spielreflexkamera irgendwie wackelt oder vom stativ runter fällt ich positioniere meinen stativ auf den boden so wie ich es brauche werde den ausschnitt aus dazu nutze ich das live view auslösen und schon habe ich ein wackelfreies bild auch aus sehr bodennahen perspektiven das war's für heute bis zum nächsten mal so Vielen Dank.